Bin ich denn grad wieder ausgelacht? Noch einer? Hier ist der Tisch. Nü, wieso bin ich denn hier in einem Sperrgebiet? Wie kommt das denn? Gibt's einfach noch ne Festung, die mir nicht gehört? Ja, mit Glukraki im Blut geht alles. Ernsthaft? Hab ich dich nicht getötet? Ah, ah, der Teufel in Person! Weiche! Duccio, welche Freude? Lauft, gute Frau, um euer Leben! Wer war das? Um Kane. Er war mit meiner Schwester liiert vor vielen Jahren. Und was geschah dann? Sein Kazo hatte noch sechs andere. Also was führt euch zu den Docks? Ich habe meine Arbeit unterbrochen, um ein Paket abzuholen. Aber anscheinend sind die Papiere des Kapitäns nicht in Ordnung. Also warte ich. Ach, Kesecatura, das kann den ganzen Tag dauern. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Ich kenne ein paar Wege, die Regeln zu umgehen. Kennt ihr die? Si, ich treffe euch bei eurem Geschäft. Sofias Paket in ein rotes Tuch eingewickelt. Ist in ein rotes Tuch eingewickelt. Sorgen sie es für sie. Unbemerkt in den Hafen eindringen und wieder verschwinden. Dann mal sehen. Ich bin jetzt zum Glück gerade kein gesuchter bunter Hund. Aber das erklärt auch, warum das hier... Ist da gerade was gescheitert? Ich bin jetzt nicht in deromeranz. Und ich bin hier... Ich bin jetzt nicht in der Destellung, Und ich habe mich nicht in der Nähe von der Sahne. Ich hatte doch jetzt schnell wirkendes Gift. Schade, vielleicht hätten sie die beiden auch noch mitgerissen. Okay, sie sind wieder weg. Sicherheitsmaßnahmen, das Problem ist nur... ...dass immer noch genug auf dem Schiff übrig sind. Ich könnte den Eindruck gewinnen, es werden immer mehr. Ich möchte übrigens anmerken. Wir bringen hier gerade nur Leute um, um einer Dame ihr Paket schneller zu holen. Wenn das keine Moral ist, dann weiß ich auch nicht. So, dann werde ich jetzt wahrscheinlich auf Messer umsteigen. Oder auf Splitterbrumbe. Dazu müsste das nur jemand bemerken. Ich würde interessieren, ob wir den da hinten auch schon erwischen können von hier aus. Ich habe so meine Zweifel. Von hier aus nicht, aber von hier aus vielleicht. Oh Gott, ist der dämlich. Aber soll nicht mein Schaden sein. ... ... Oh, 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 oh. So viel zum roten Tuch. Hier oben etwa? Nein. Aus dem Gebiet fliehen dürfte jetzt total schwer werden. Wo ist die Leiche hin? Sie ist weg. Optional ist Ziel beendet. Sehr schön. Dann bringen wir der Dame doch mal ihr Paketchen zurück. Ich muss mittendrin wirklich mal an so einem Bomben-Ding vorbei. Also an so einem Unterwegsding. Ja, das weiß er, was da gerade auf der Tarkate aufgetaucht ist. Genau das suche ich. Ben. Ja, fast. Na, fast. Na, fast. Auch fast. Krasse Sache, ey. So, gut. Dann musst du als nächstes. Wie viel brauchst du denn noch? Eine Menge. Dich kann ich bereits verwenden. Haben wir irgendwo mal viel zu viele Punkte, die wir vergeben können? Nö. Ja. Einen Mindesänger eliminieren. Hä? Ein hinterlästiger Mindesänger, der durch die Straßen zieht, ist in Wahrheit ein Auftragsmörder der Templer. Die haben unseren Trick geklaut. Am liebsten erdrosselt er seine Opfer mit einer Seite seiner Laute. Findet den Sänger und bringt ihn zum Schweigen. Joa, das ist doch ideal für dich. Und dich, und dich, und dich, und dich. Müsst er schaffen. Ich wollte den Ölber jetzt nicht schon wieder losschicken. 70% müssten ausreichen von der Chance her, oder? Ich meine, es kann immer noch scheitern, ja, aber... Muss ja nicht sein. So, und dann muss ich langsam danach mal die Festen festigen. Tja, wenn ich in der Stadt bin, immer noch. Die haben sich ja die Schnürsenkel zugebunden. Was mich zu der Frage bringt, haben die überhaupt Schnürsenkel? Ah, nein, ihr malt nur in den Sand. Okay, doch nicht. Dann sei entschuldigt, dass ihr keine Schnürsenkel besitzt. Es gibt ein Tunnelsystem, benutzt das doch. Ja, das Problem ist, das Tunnelsystem ist so unscheinbar, dass ich einfach nicht auf die Idee komme, das zu benutzen. Ich glaube, das, was mir hier nicht gefällt, ist, dass überall nach morschem Holz aussieht. Salute, Ezio. Glück gehabt. Madame Miguela Sofia Sator, Libraia, Constantinopoli. Oh, nein, es ist beschädigt. Haben Sie damit Piraten abgewehrt? Nein. Nun, so weit, so gut. Oh, bellissimo, ne? Die Kopie einer Karte von Martin Waldseemüller. Seht ihr? Die neu entdeckten Länder von Messere Amerigo Vespucci. Armer Christopher Colombo. Die Geschichte treibt manchmal seltsame Blüten. Was haltet ihr von diesen Gewässern hier? Ein neuer Ozean vielleicht. Die meisten Gelehrten, die ich getroffen habe, glauben, der Globus sei größer als bisher angenommen. Ach, incredibile. Je mehr wir über die Welt erfahren, desto weniger wissen wir. Gut. Ihr hieltet euer Versprechen. Nun erfülle ich meins. Wenn wir recht haben, dann zeigt euch dies den Standort des ersten Buches. Ich muss zugeben, mir schwirrt der Kopf bei der Aussicht, diese Bücher zu sehen. Dieses Wissen ging der Welt verloren und nun kehrt es zurück. Vielleicht könnte ich einige Kopien drucken und vertreiben. Eine kleine Auflage von 50 oder so sollte reichen. Perchere, Ridi? Vergebt mir. Es ist schön, eine solche persönliche und edle Leidenschaft zu sehen. Sehr inspirierend. Guter Gott. Wo kommt das denn jetzt her? Grazie, Sophia. Ich komme zurück. Oh, mit Back. Yay. Voll synchronisiert. Um die Stimmung noch weiter zu versauen, wo ist jetzt die nächste Assi-Feste? Okay, hier ist das Ding, was näher ist als die nächste Assi-Feste, wie ich befürchte. Die ist nämlich da oben. Kann ich hier eigentlich irgendwie mal... Ah, RB. Templer-Assassin-Einfluss. Templer-Gebiet befreit. Templer-Gebiet befreit. Templer-Gebiet befreit. 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 Und hier ist wer eingesetzt oder... Gesperrte-Feste? Aha. Hauptquartier. Interessant. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die hier ein Dings ist und... Naja. Ich gehe doch mal erst kurz dahin und hoffe, dass ich da den einen Typen einsetzen kann. Musik 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 Musik